heute kommt und das wird auch jetzt sein immer das heißt jeden samstag kommt nicht mehr bei wochs und also immer jeder woche von zwei nämlich ab dem thema jeden samstag und montag etwas und heute wollen wir was machen ich bin gespannt was passiert er möchte jetzt auch mal gucken da bin ich zufrieden wir müssen wirklich auf den anderen schauen also wirklich sind aufpassen was mir was wir machen ich will sagen wir werden erst mal nicht aufjagd gehen ich bin sage ja ok unser blauer hat ja gerade so würde ich sagen ich war schon große verteidung machen weg weg jetzt noch immer ich wollte keine verteidung obwohl da kommt schon ein gelber das ist das ist das ist das ist Mist. Okay, aufpassen, Danny. Was du machst? Aber das war schon... Aufpassen, Leute. Ja, ich will jetzt mal... Ich hab Bocken auf euch. Wollte ich auch alle sagen. Jetzt hab ich mein ganzes Geld verbraucht. Ja, geil. Oh. Oh Gott. Na, fall runter. Fall runter. Fall runter. Danke. Okay. Okay. Hey. Du großer davon. Ohm. Schauen, dass du nicht treffen kannst. Okay, Leute. Okay, mach, 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 mach. Der hat kein Feud damit bekommen. Dann nützt dir das auch nicht. Oh Gott, Junge. Aber das war jetzt ein richtiges, guter Kampf. So. Ähm. Ich muss auch mal ein paar gröle Äpfel mal mitnehmen. Stimmt, die bauen das ja auch. Ähm. Ich will erst mal eine gröle Äpfel. Oh Gott. Was war das gerade? Okay. Ich komme mal. Und da, unsere Base wird angegriffen. Ach ja. Ihr könnt mich zwar enttäuschen. Aber sagen könnt ihr nichts. Da muss ich erst mal weggehen, weil die mir zu viel zu stark sind. Wo wer kriegt? Oh, das war süßig. Dumm. Ey. Mach doch. Mach doch. Das wird mal ein Rückwärtskick. Auf jeden Fall. Können das nicht wissen? Lieb mir mal. Rückt das Kick. Schnell. Ne, ich kann das jetzt nicht abbauen. Äh. Weiter kommen jetzt ein anderer. Oh Gott. Hä? Wie macht man das jetzt? Äh. Ich muss da wirklich angreifen. Stopp. Ich hab's. So, wir müssen schnell abhauen, abhauen, abhauen. Ähm. Ich wollte nicht so schnell sein. Komm her, kommt her. Oh, ein Gelber kommt. Oh Gott. Baguette kommt. Wieso sag ich Baguette? Ich hab doch einen Plan. Ja, Leute. Ich suche ihn dir gewinnen. Okay, jetzt reißen. Das wird mir richtig übel. Oh, ich hab jetzt auch so Sinn. Da, Bro. Bruder. Der ist ziemlich hart jetzt. Ey. Ich lass mich aber nicht so gleich überschlagen. Kommt, Leute. Kommt, komm, 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 komm. Go, go. Ja, ich würde jetzt einfach mal. Ich kann jetzt einen Trank nehmen. Was macht der Oma nicht? Okay, jetzt so drauf. Ich hab kein Bock mehr auf ihn. Wenn die ein bisschen dumm sind. Sorry. Hey, Leute. Wie macht ihr das? Oh. Oh, sehr gut. Dann ist... Was ist das? Blau! Ja, moin. Das war so gut. Ja, das sieht ihr ja auch. Ach so, jetzt weiß ich, wie ich mal richtig kämpfe. Dann muss ich nicht draufhören. Wir können doch so machen. Das hab ich gar nicht mehr gefragt. Das ist ein bisschen blöd. So. Aber dank mir... Dank mir... Eigentlich ist der Gewinn. So, jetzt müssen wir dreimal das Bett abbauen. Oder das Bett abbauen. Wir mögen das ja nicht. Oh, sechs gleich. Okay. Oh, da hab ich ein anderes Ding. Also... Pfff. Okay. Bogen haben wir. Wir grüßen uns erstmal nur auf. So, verloh. Wir würden uns gleich einen Angel. Ja, ich warte jetzt erstmal ein paar Minuten. Wir werden hier nur das da alles machen. So, dann haben wir auch gleich schon eine Schere. Oh, einer hat schon rot genommen. So. Kann ich mitnehmen. Jungen, wie schnell auf die Runde geht. So, dann geh mal gleich zur Mitte. Und dann... Wo ich leider um... Ähm... Warte mal. Wenn ich zwei habe, dann geht's los. Ich mach gerne nicht mit Holz zu. Aber der Holz ist mal sehr voll. Schnell, erstmal die ersten. Team. Ich seh das. Komm her. Oh, das ist schlau. Aber nicht mit mir schlau. So, Leute. Leute. Macht, zeig dich. Oh, die anderen kommen. Aber... Hä, Dreck. Was war auf dem Reis? Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Ach, Leute. Dann... Ich lade euch eine Ellie. ... Ich rige dich. Jaha... ... ... ok erledigt so dann habe ich jetzt hier schon gute wahl ich erlege alle die grün kommen ich bin viel härter so immer hier schnell aber ich habe sie auch so dumm gebaut geld kommt 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 und die kommission da genau zwei ja unser team geschützt mal ich bin der zimler kommt noch ein ding kommt jetzt nicht so lange habe ich es fest auch gleich nicht denkt so kann man schnell und einfach das ganze thema ich bin auch mal schulig fertig zu machen nein Nein! Greife den Tiefel an! Ich muss meinen Tiefel jetzt... Oh Gott! Leute, beschützen! Wir werden von der anderen Ressourcen... Okay... Wie machen wir das jetzt? Trank nehmen... Beten... Oh, ich hol mir nochmal 16... Für den Goldöpfel... Und vielleicht noch den Ölfen... Weil... Oh... Alter... Jetzt nicht nerven... Schön für dich... Ähm... Oh Scheiße, ich geh so... Oh Gott... Wie ich noch Boots habe... So geh ich jetzt auch zu Team Gelb... Scheiß drauf... Die bauen aber richtig Scheiße... Das kümmere ich mich... So drauf 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 drauf... Drauf, da drauf drauf... Drauf, da drauf... Oh, ich komm da noch nicht ran... Warte... Okay... Ich seh ja nichts... Wenn die dazwischen sind... Ah... Leute... Komm her... Das ist dumm... Warte... Ich mach mich grad hier schön... Die lenke ich... Aber jetzt müssen wir uns auch um... Um unser Team kümmern... Ohhhh... Ich komm mal... Nein, wir haben verloren... Das ist typisch... Dritte Runde... So, dann machen wir nochmal besser... Leute, Leute, Leute... Das sind nett... ...und nicht mehr... Wir haben... Wulf... milch... Die... Eh... outra fão... Ich lasse... So, Leute... Drauf, 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 Drauf... Wohin... Ah, Leute... previous war für nur 2... Zwei Ja, keiner macht das Bett, ist wohl nicht geil Uh Ähm Lasch das auf Bitte, macht, 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 macht Uh Jungen, wer Bitte, macht, 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 macht Du kannst doch, du hast doch eine gute Lösung Bitte, macht das Oh, okay, schön Muss ich dann scheiß machen Typisch, typisch mein Team Das Reiß, ich gehe jetzt auf die Vollpulle Dann wundern, dass wir verloren haben Und warum haben wir verloren? Weil ein paar nicht zusammenreißen So, scheiß auf, ich gehe jetzt ohne Rüstung Ich gehe jetzt jetzt hier mit Ey Warte Ihr könnt euch mal Ja Ihr müsst mich mal unterstützen Aber nein Ihr seid ihr nur dumm Dumm, dumm, dumm Ah Tippisch nur Schwächlinge Ich brauche ein besseres Team So, jetzt müssen wir hier schön Ja, du könntest ja auch mal ein bisschen hervor Das ist Wer baut bitte so einen Scheiß Verstehe ich nicht Und ich mache das auch nicht Ihr könnt ja alles machen Ich bin weg Wundern, dass ich Oh mein Gott Oh Oh, halt doch die Fresse, Mensch Was ist denn Wir verlieren Oh Und den Plan raus Was ist denn Drei 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 Stunde später Danke Danke Einen können abfangen Ey, was macht ihr ich sehe das ist nicht ein ganzes meins ich greife jetzt an wenn ihr es nicht macht dann seid ihr noch ja doch mal ich hasse ich hasse immer mein team jedes teams beschissen ja die machen sich jetzt eine wette ich mache schon nichts ja nehmt auf schnell macht den rang ich sollte doch nicht so ein ding machen was gar nichts bringt es an oder gewinnt dieser scheiße ich hoffe es ich soll aber hier mit dinge arbeiten es bringt uns nichts leute greift an greift doch an leute merkt es nicht was ihr macht ich hasse es euch ich sag depp depps greift doch an mensch geht doch in mitte oder ok ich bin weg das ist trug ja geh doch mal weg die dümmsten dumm leute nein du nicht d gal i ww wotr 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 es ist ein scheiß ernst okay das war jetzt unfair ich bin raus greift doch mal den feind ein mensch das ist was mein team ist die schlimmste ich schreibe noch aber ihr seid nur depp sorry nicht machen Junge, scheiß Brücken. Leute, das ist doch die Witz. Halt die Fresse. Danke. Ich möchte mit euch nichts wissen, aber leider. Ich muss euch leider umbringen. Ist das ein Bauch? So, ich bin jetzt hier. Hier bin ich. Oh, hier sind aber eine ganz schöne Amelie hier, Alter. Junge, was ist das? Das ist eine scheißbeschissene Bild. Das hat gerade geleckt. Die machen nichts. Die machen nichts. Hi. So geht mit mir nichts. Ich bin jetzt ein paar Besucher. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Junge, hast du ihn einmal gerückt? Ja, danke. Für 3000 irgendwas. Sass. Junge. Hat der Hildoen gegessen? Das ist die dümmste Runde. Der Ganzen. Ich glaube, der hat Drohnen genommen. Leider gibt es ihn mal auf die Frasse. Oh, oh, oh. Da muss ich mal schnell los. Soße. Psch, 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 psch. Da weiß ich gar nicht, dass ein Team komplett ausgelöscht wurde. Oh, yes. Tschüss. Tschüss. Und schönen Flug. So, als nächstes Team Grün in die Reihe. Ähm. Okay. Junge, ich bedanke, dass er alles macht. Okay, Team Jellung. Kann ich mich auch verstecken? Okay. Ich schlage mal hier das hier ab. Psch. Dumm. 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 Ahem. Schiff flucht noch. Oh. Oh. Kommt da eine Reaktion? Psch. Psch. Hi. I'm sorry. You stupid. You stupid. You stupid. Okay. Einer lebt noch. Geil. War das der Bekloppte? Ich würde nicht so schnell den Mund aufmachen. Okay. Ich nehme mal gar nichts. Alles mit. Oh, das war es dumm. Aber der ist fast tot. Der ist fast tot. Ja, okay. Da bin ich wieder. So, jetzt können wir es mal ein bisschen schneller machen. Okay. Alter, die sind doch dumm hier, Alter. Ach so. Dumm. Oh, sorry. Ich war das nicht. Alter, es ist noch 2 vs. 2. Geil. Ja, ich habe am meisten die Arbeit gemacht. Kann ich dafür was? Nein. Ach, Leute. Die Reaktion von euch allen ist besch. Hi. Hi. Pats. Hier ist der Backfisch da. Alter. Viel slack. Englisch. So kann man es immer machen. Das ist jetzt nicht so lang. Junge, ich habe 4000 Blöcke. Okay. Ich weiß, was die machen. Die machen was. Liebes Team Blau, ich würde jetzt nicht den großen Mund aufmachen, aber da habt ihr einfach mal einen sehr guten Spieler, der gar nichts mehr macht. Ich weiß, was ich jetzt alle umbringt. Also, äh, doll. Oh, ich würde lieber... Puh, war eine Explosion kommen. Weil, ähm... Junge, ich habe nur... Am meisten das gemacht. Alter. Wir haben safe lange gebraucht. Für nichts. Alter. Ich möchte auch das Video beenden. Ich habe es heute euch gefallen. Lass, Leute, der abkommt. Aber wir würden mich sehr freuen. Video uns am zunächst mal. Ciao, ciao. Leute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.